Vielleicht ist sie ja eine gute Kämpferin in der Schlacht. Ich hab sie alle nur mit Spielkarten erledigt. Also ist doch ganz einfach. Ich spiel gegen Zehner und gewinne. Ich brauch dich also gar nicht. Doch, weil du nämlich gar nicht gegen sie spielen wirst. Zumindest nicht nur gegen sie. Du wirst es mit dem Besten in dieser Branche zu tun kriegen, einem Mann namens Rafe. Glaub mir, niemand schlägt diese beiden ohne eine fachkundige Hilfe. Guten Abend, Titus. Ich glaube, wir haben da etwas, das du gern zurückhaben möchtest. Das stimmt. Dieser Rubin ist mir alles weht. Sie meint deinen Sohn. Oh, wirklich? Und was soll Leo mich denn kosten? Eine ganze Menge. Mein Vorschlag? Du und ich spielen eine einzige Partie gegeneinander. Der Gewinner kriegt alles. Und wenn ich mich weigere? Verlierst du Leo, mein Guter. Du lässt mir wohl keine andere Wahl, oder? Leb wohl, mein Sohn. Papa! Nimmst du dein Schwert dazu oder willst du meinen Dolch? Papa, was soll das? Ich weiß genau, es ist alles nur Mache von ihr. Glaubst du, ich würde riskieren, dass du und dein Freund mir alles nehmen, was ich besitze? Denk nicht, dass ich ihn nicht töten würde. Denken? Ich weiß, dass du es nicht tun wirst. So ich von deinem schönen Plan weiß. Dank einer kleinen Information. Du, tut mir leid, Partner, aber auch ich will gewinnen. Du elender Verräter! Nein! Nein! Wright! Rafe! Rafe! Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Habe ich dir nicht gesagt? Gefühle vermasseln alles. Gabriel, hilf mir, ihn hier rauszubringen. Halt mal! Wo willst du denn hin? Ich begrabe einen Freund. Was wird aus unserem Spiel? Das Spiel ist vorbei. Du hast mich besiegt. Aber du hast immer noch meinen Rubin. Wenn nicht mein Sohn. Den Rubin will ich zurück. Niemals! Ach so. Du wolltest nur gegen mich spielen, solange Rafe dir beim Betrügen helfen konnte. Jetzt, nachdem er tot ist, weigerst du dich. Stimmt's? Es wäre ein ehrliches Spiel gewesen. Tatsächlich? Dann spielen wir doch. Schande über deinen Freund, wenn du jetzt kneifst. Hör nicht auf ihn, Xena. Wir ehren Rafe nur, wenn wir jetzt gehen. Wenn du dein Spiel willst, kannst du es haben. Nicht jetzt! Doch jetzt ist die richtige Zeit für Rafe. Titus? Ich warte. Er ist die Dame. Gib mir drei. Zwei. Gib mir zwei. Seid ihr soweit? Dann zeigt, was ihr habt. Volles Boot. Mit Kriegsherrn und Helden. Das Spiel hat er gewonnen. Die Reichen haben eben Glück. Das kann sie nicht überbieten. Vier Asse. Nein. Das kann nicht sein. Du kannst doch nicht... Nein. Er hat ihn reingelegt. Ist ja nicht zu fassen. Es müssen ja nicht immer nur Männer gewinnen. Sieh sie dir an. Und weine. Eine Bewegung. Und die schneit dir die Kehle durch. Lass sie los. Damit kommst du nicht durch. Wer soll dich aufhalten? Du? Nein. Er. Nicht sie weg hier. Jetzt knappt sie euch. Das reicht jetzt. Sieh sie weg. Nein. 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 Oh, oh, oh! Willst du denn schon gehen? Bleib doch noch ein bisschen! Untertitelung des ZDF, 2020